Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel mal wieder. Ich begrüße heute hier mit dem Dishaboom und dem Blackstraw eine neue Staffel, so wenn der mir jetzt nicht hier reingelaufen wäre. Okay, ich will schon mal einen Chor fahren. Ich will einen Chor fahren. Ich will einen Chor. Die haben mich gerade gerettet, ganz ehrlich. Ist einer bei uns, bei mir Bugs. Helfen wir mal, helfen wir mal. Scheiße! Schade. Du musst den abbauen. Nee, ich bin auch tot, glaube ich. Ja, ich bin auch tot. Nein, ich bin auch tot. Weil... Hey, Loti ist selber... Loti ist selber... Also ein, nachdem jemand ist da. Aufnahmeprogramm. Ich glaube, diese Aufnahmen bei Chor werden meistens so, sozusagen, halbiert. Bei denen ist schon einer Full Iron. Achtung. Na ja. Was? Ja, schön. Das ist natürlich geil, Leute. Ich habe gerade wieder einen geilen Jump Everfuck gehabt. Bei uns aber... Nee, bei uns ist der Chor noch nicht weg. Das ist so gut. Nee, bei uns ist noch keiner weg. Peter, ich brauche Hilfe beim Bietraum. Ich brauche... Wo bist du? Wo bist du? Left Core, bei meinem anderen Core. Ich komme. Ich sehe dich. Ja, bin unterwegs. Ja. Ich kann doch nicht von zwei Leuten angesprochen. Das ist einer, voll dir fast. Nein, Methode. Nein. Gefühlt voll dir, ne? Dich, la Bube. Gefühlt voll dir. Auf jeden Fall. Mann, ich hätte den Core fast. Nein. Alle aus meinem Bett springen, wir sollten. Ey, Allah. Unser Bett springen, wir sollten. Okay, ich brauche mal kurz unseren Ride Core, glaube ich. Das ist der Ride Core. Ich bin hier. Gut. Ich bin beim Core. Gut, hol den. Ich habe mich eingebaut. Ich kann nicht kommen. Ich habe einen Core. Ah, Core ist, glaube ich, schon eingebaut. Guck mal. Nein, ich habe mich eingebaut. Aber gut, Gott, ich habe eingebaut. Boah, ich brauche Hilfe. Ja, ich gehe gerade hier mit einem Schwertkampf. Den müsste ich eigentlich gewinnen. Außer der Komplett. Achtung, bei uns in der Base. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Komm, der hatte noch ein halbes Herz. Hat mir gerade eine halbe Bier. So, gut, ne? Jo. Easy kill. Easy kill. Ich gehe mal zu dem Rot-Core. Wo sind denn jetzt die Dios? Ich gehe mal zu dem rechten Core. Ja, da wird... Der Right Core von... Der Left Core von denen ist schon abgebaut, ne? Ah, ja. Deswegen wollte ich jetzt so ein Ding. Du willst mir gerade eben da helfen können? Hey, dann bräuchte ich den Boden. Aber hast du nicht zu? Ja, schon reingekomboot. Nein, Leute. Das ist ja der Leben war allein. Ah, ich bin... Ich bin am Linken. Äh, beim Nervat. Ich bin der Scheißsprünge. So, wieder Gold abpüßen, dann. Wo sind denn jetzt die Dios? Die Dios im Kran drin? Ich bin einfach runtergefahren, weil sie blöd bin. Wo sind die Dios? Keine Ahnung. War selbst so nicht da. Hä, warum hast du da noch so ein Zeug? Oh, no. Oh, unser Light Core. Aufpassen, unser Light Core. Ich gehe. Ich gehe hin. Ich bin hinter dir. Hab einen getroffen. Das ist der Light Core. Okay, ich habe gleich. Okay, ja, mal runter, mal runter. Komm, direkt mal zum rechten Core zu dem. Der Light Core von denen ist schon weg. Zum Left Core müssen wir. Ja, ja. Ich gehe gerade hin. Wir müssen zum Light Core. Nein, wir müssen... Ja, wir müssen zum Light Core. Der Light Core ist schon weg. Ja, hey, du hast gerade gesagt, der Light Core ist schon weg. Achter, da sind erst einer voll Iron drin, sag nur. Ja. Der Light Core ist schon weg. Wir müssen wirklich hochkommen, um uns zu bekommen. Der hat auch allen ein Schwert und allen. Der hat auch einen Schwert und alle. Alter, ich komme nur den. Nein, der hat mich gekillt in einem halben Herz. Achtung, unser Light Core. Unser Light Core ist auch was. Ja, scheiße, die holen den. Wir müssen draufgehen, wir müssen draufgehen. Du lenkst dir abgeschrieben. Das kann ja nicht sein, dass ich einfach durch einen Block gesp... Okay, ab an. Und bei Core passiert das oft, dass man durch einen Block springt. Kriegst du den? Ich geh rein. Ja, den kriegst du. Mischt. Was? Wie heißt das? Hat er gehabt? Drei Herzen hat er gehabt. Hol den. Den kriegst du. Ja, ist weg. Gut. Ich hab den getötet. Da kommt noch einer. Jo, und der kombut mich. Hat mich kombut... Hatten wir wuck. Okay, das ist tot. Das ist tot. Okay, wir haben sieben KD... Äh, sieben Kills. So. Ich geh halt mal zum... Ich mach mal jetzt auch grad mal voll Iron. Dann können wir... Das ist nicht dermaß. Schlecht da. Versuchen zu bekommen. D von 0,9... Und ich würd sagen, sobald wir so kurz vorm Abbauen sind, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, Leute, da sind wir wieder hier grad kurz vor der Nacht im Abbau. Und damit haben wir diese erste Runde Core nice gewonnen. Das war jetzt nicht ganz so spannend. Ich komm hier nicht so falsch. Ich glaube, wo behältst du mich da? Ja, gewonnen, Mann. Jo, auf jeden Fall war das... One, ne? Ähm, die erste ist... Oh, fair player erzielt. Ja, ich hätte noch fast Terminator bekommen. Komm, wie viele Kids hatten wir jetzt? Musst mir gleich mal nachgucken. Und damit sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.